Willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch die Dynamite Böller D mit dem Dynamite Logo vor. Die NM beträgt 12 Gramm. Das sind 2 Gramm pro Dollar. Hier sehen die Teile aus, im spanischen Design. Recht hart gewickelt, aber eigentlich klein. Wenn man mal einen, ich habe jetzt hier einen Komet China Böller D. Wenn man mal das so betrachtet, ist der schon ein Stückchen länger der Komet D. Wir werden jetzt mal sehen wie die sind. Und dann sehen wir uns draußen. Bis gleich. DynamiteBöller D.